Du hast keinen Appetit? Mein Name ist Martin Leopold-Seder und ich zeige dir, wie du deinen Appetit in Kürze zurückbekommst. Und zwar, erstens, trink Tee aus Kümmel und Schafgade. Die sind sehr gut gegen Appetitlosigkeit. Zweitens, empfehle ich dir, jeden Morgen Wasser zu treten. Dazu füllst du in der Badewanne ca. mit einem Wasserstand mit 5 cm mit kaltem Wasser und trittst darin ein paar Minuten umher. Das regt den Kreislauf an und wird auch den Appetit unterstützen. Und drittens, trinke Tee aus Wermut, 1000 Güldenkraut oder Enzernwurzel. Auch diese Tee wirken appetitanregend. Solltest du Appetitlosigkeit haben, die auf die Primäremotion zurückzuführen sind, sei es Traurigkeit, so oft hat man auch keinen Hunger, dann empfehle ich dir, die Traurigkeit aufzulösen und vielleicht mit meiner EMT-Technik oder sonstigen Hilfe, die dir hilft, die Traurigkeit aufzulösen. Das war mein heutiger Impuls zum Thema Appetitlosigkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, folgt mich selber und gefällt mir. Beachte auch bitte die Infos unter diesem Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit dem Atem.